1, 2, 3 Siege und morgen Halbfinale. Mit dem Halbfinale wollen wir uns eigentlich noch nicht so zufrieden geben. Wir wollen wirklich morgen noch mal angreifen und das Finale klar machen. Also unsere Saison 2012 war wirklich bis jetzt eine gute Saison. Eigentlich unsere beste, die wir so bis jetzt zusammen gespielt haben. Wir warten nahezu immer einstellig auf der World Tour. Wir haben drei Halbfinale jetzt geschafft. Und letzte Woche dann sogar noch die Bronzemedaillen. Es läuft. Es läuft. Wir finden es auch total schön, mal nicht in Jogginghose und T-Shirt rumrennen zu müssen, sondern auch mal eine Jeans anzuziehen und ein schönes Hemd oder T-Shirt. Und ja, mit Socks als Sponsor können wir das halt. Hey! Wir haben drei Halbfinale. 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 Untertitelung des ZDF, 2020